Ich hab hier zu einem neuen Stream und ja, äh, was geht zu diesem Stream? Ich guck kurz, ob wir live sind, vielleicht sind wir noch gar nicht live, aber ich glaub schon. Wait, wait, wait. Oh Gott, mein ganzer PC schmiert ab. Leute, heute wird wieder Faulgas gestreamt, was sagt ihr, was sagt ihr? Ähm, wo bin ich? Junge, okay, ich muss das sofort dann alles schließen. Das schmiert ja mega ab. Nobilea streamt schon, wunderbar. Oh mein Gott, Junge, es muss so hart... Es lag dermaßen. Okay, es geht langsam. Junge, wie wenig FPS hat grad mein Ding. Okay, chill, 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 chill. Bin ich live? Ja, ne, ja. Warte, ich geh kurz in Twitter. Oh Gott, Twitch hab ich nicht mal geöffnet. Ich bin ja so dumm. Oh mein Gott, wait it, wait it, wait it, wait it. So, hier. Okay, es steht aber nicht, dass ich grad live bin. Also, hört man, hört man das? Hört man? Alter, hört man, hört man das? Heute kommt es mal schnell. Hört man? Alter, hört man, hört man das? Heute kommt es mal schnell. Okay, ich teste gerade nämlich, äh, wie der Ton und so hat das alles funktioniert. Aber ja, wir haben jetzt keine Zeit dafür. Wir schließen Twitch instant. Das packt so hart. Okay, nee, das geht, wird schwer gehen. Das. Ruhe. Leute, 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 Leute. Wie, wie, was geht? Was geht, sag ich. Ich sag heute einfach, was geht. Äh, der Chat, wie ist, wie sieht's mit dem Chat aus? Okay, zwei Zuschauer, nice. Wer ist da, wer ist da? Äh. Ah ja. Äh. RyanColeFan11, äh, RyanColeFan11, äh, RyanColeFan11 hat mir gerade gefolgt. Danke für den Follow. Äh, das war, das war so, das war so, äh, zwei Minuten vor dem Stream, hätte er im Stream machen können, aber gut. Gut. Äh, danke für den Follow. Ähm. Ist ja gerade wieder oft, ähm. Wir müssen schauen, wie, wir werden jetzt Folgers mit, äh, NubileoStream gleich. Äh, wer ist da, wer ist da? Sind sie da? Nein, ist noch, sonst noch keiner da? Wunderbar. Ähm. Ja, äh, über den Titel, äh, reden wir gleich. Und zwar, ich kann euch erklären, und zwar, LayNay ist nicht da. Also, wir wollten, ich wollte heute mit LayNay Spongebob streamen. Habt ihr gedacht, nee, das lohnt sich heute nicht mehr. Deswegen, gehen wir jetzt zu Follow Guys und nachher streamen wir Super Mario Party. Weil, da, da haben wir uns gedacht, hm, lass heute was los machen und zwar, wir machen eine Wette, eine kleine Wette. Fangania, hi. Äh, danke, dass du da bist, Fangania. Äh, wir, wir haben gedacht, wir haben gesagt so, also, ich erklär's nochmal für Fangania. Äh, LayNay ist heute nicht da, äh, deswegen wollten, wir wollten Spongebob streamen, aber das geht jetzt nicht um das. NidlV auch, hi. Danke, hi. Ah, okay. NidlV auch schon lange nicht mehr da. Aber, was war das? Was ist, was ist da schon wieder? Ey. Gut. Ähm, LayNay ist heute nicht da, wir wollten Spongebob streamen, heute kein Spongebob. Wir, äh, wir streamen jetzt Follow Guys mit Noobilius, vielleicht noch STC-Brück und danach ist Mario Party. Wir dachten, das wäre langweilig, deswegen werden wir eine kleine Wette machen. LayNay wird irgendwann dann anklopfen und dann dazustoßen oder so weiß ich was. Und, äh, ja, werden wir eine kleine Wette machen. Und das wird, das wird aber später kommen. So, Stunde ungefähr, schätze ich mal. Äh, auf jeden Fall alle, danke, die da sind, danke, die da sind. Wir, wir fangen auch gleich an. Geht, lag das Stream? Äh, Frage, lag das Stream oder nicht? Weil, es würde mich halt interessieren, ob das Stream funktioniert oder nicht. Funktioniert das Stream? Ist, ähm, ja, weil wir spielen am PC normalerweise immer auf der Switch und, ja, keine Ahnung, deswegen will ich es wissen. Oder, ist, ist das, okay, ist jetzt richtig unbequem. Naja, äh, lag das Stream oder nicht? Schaut's rein. So, nein, er lag nicht. Okay, danke. Oh Gott, immer wieder, äh, ihr müsst wissen, bei meinem, äh, Aufnaheprogramm gibt's oben die Statistiken, ja, die hab ich, die kann man nicht, äh, also die hab ich mir hinzugefügt. Und, ich habe, und immer wenn die, die sind normalerweise weiß, ja, oder grün oder so, wenn die, die können gelb, orange und rot werden. Und die werden fast die ganze Zeit bei mir gelb, orange, aber selten werden sie rot, aber das bedeutet schon, dass es richtig hart ruckelt, das geht gar nicht. Deswegen, äh, müsst ihr mir das immer sagen, wenn's, äh, beginnt zu lagern. Dann könnt ihr das umstellen. So, wir werden jetzt gleich Nobilios anrufen. Ich hab vorhin Discord geöffnet, es hat gar nichts mehr funktioniert. Ich muss sagen, ob's weiterhin laggt, ja? Oh, jetzt hat's angefangen zu laggen. Oh, nein, okay, nee, wir können kein Ding machen. Oh, nein. Okay, 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 okay. Okay, nee, das ist nicht so, so wunderbar. Irgendwann mit Twitch ist das, äh, also nicht mit Twitch. Mit meinem PC aktuell ist das, oh nein, jetzt, okay, jetzt wird's schlimm, jetzt wird's schlimm, jetzt wird's schlimm. Jetzt müssen wir ganz, ganz oft das zurücksetzen. Nein! Äh, wartet kurz, Leute, oh mein Gott, Hilfe, Hilfe! Hilfe, Leute, äh, wartet Nobilios, ich hör dich nicht, warte, ich hör dich nicht. Okay. Ah, jetzt geht's, okay. So, warte, ruf kurz, sprich mal, wenn du mein Streamlauf-Druck bist. Äh, hallo, hallo, hallo. Lack das Stream, Leute. Junge, was ist man zum Mikro, keine Ahnung. Ich hab noch mal erst versprochen, eine Runde, äh, die Ursteinsatzung, alles, ja. Also ich geh dann nach dieser Runde. Bis, hier. Oh nein, Junge, ich hasse es. Ihr müsst wirklich sagen, wenn's beginnt zu laggen, dann müssen wir das ganz oft zurücksetzen. Ihr seht das jetzt auch schon in den Folgen. Übrigens, sorry, das ist ein bisschen später streamen. Ich hab nicht verlobten. Deswegen, äh, ich hab noch etwas zu tun, aber ja. Ihr müsst sagen, wenn's nicht geht. Jetzt wird's ein bisschen schlimmer. Jetzt wird es wieder besser, okay, das ist so ein Auf und Ab. Ja, come on. Come on, Junge. Oh, geil. Im Stream sieht man, das ist zwar nicht so heftig, weil's da etwas dünnt lag. Aber... Ich hab die Qualität in Vollgas ein bisschen runtergestaltet, damit, äh, das funktioniert. Ich hab auch einen neuen, ich hab auch einen Follower grad. Der hat eine Minute, ich wollt grad auf den, äh, Stream starten, köpfen, steht ein neues Follower. RyanColeFan11, danke für den Follower nochmal. Das ist, ich hab auch Follower. Wir kommen, gerade. Kann man ihn gut hören, warte, ich will sie einfach hören. Kann man ihn gut hören, warte, ich will sie einfach hören. Sag mal was, Nublius. Kann man ihn gut hören, warte, ich will sie einfach hören. Sag nochmal, sag mal, sag nochmal. Okay. Sag nochmal, sag nochmal, sag nochmal, sag nochmal. Sag nochmal, sag nochmal, sag nochmal. Nublius ist mega leise, okay, das geht nicht. So geht das nun auch nicht. Jetzt, geht's jetzt, warte, jetzt höre ich mich nochmal. Unfern. So. Ich bin mega leise, oder? Jetzt, geht's jetzt, warte, jetzt höre ich mich nochmal. Unfern. Ich bin nicht allein gegen beide, oder? Nee, ich spiele tatsächlich mit meinen, äh, mit meinen Zuschauern, die ich dran neu bekommen hat, ich bin nicht gerade gegen einen, zwei gegen einen, das ist illegal. Ey, manche. Warte mal kurz. Hä? Kann ich die, kann ich dich lauter schalten, oder? Hab ich dich leise geschalten? Nee, ich höre dich gut, aber, okay, es sollte gehen, es sollte, okay. Moin, darf ich Faulgast spielen? Äh, ja, du musst mir nur ne Anfrage schicken. Egal. Sie hat die O-Shell.net und ich die O-Shell. Äh, du musst mir nur ne Anfrage schicken, äh, Kudo. Das kann auch einer mitspielen, wenn er will, Leute. Rukus de Geime heißt ich auf Steam, äh, könnt mir ne Anfrage schicken. Rukus de Geime. Junge, was ist das? Junge, was ist das? Okay, wait it. Rukus de Geime. Rukus de Geime. Rukus de Geime. Wo kann man Freundschafts-Anfragen sehen und so und Zeugs? Äh, ne, das geht jetzt nicht. Äh, wie, das geht jetzt nicht? Hier unten der Raus, dieser Logi. Wo? 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 Ah, da, bei Rukus de Geime. Mhm. Also, wait, was? Ist das Hans, der erste Punkt? Ist das Julian und... Rukus de Geime heißt ich, ja? Äh, schick mir ne Anfrage. Vielleicht hast du ja schon. Wo ist... Ich guck mir... Ich guck... Es lag, aber es ist nicht schlimm, du kannst, wenn ich nubelierst, höre ich fast gar nicht. Moin, darf ich Folger spielen, ja? Hi, Coolio, moin. Das lag, das wird ich stark oder eher weniger? Ja. Also, bei mir funktioniert alles. Bei mir funktioniert's. Ich guck mir gleich den Stream vorbei. Ja, ja, mach das. Aber wir lösen gleich das ganze sein Stream. Gar nicht? Dann... Ne, gar nicht. Dann liegt's am Coolio. Äh, also... NidlV, aber ja. Äh... Hä? Wo kann man die Freundschafts-Anfragen... Ach, meine Güte. Wisst ihr was? Pfeift drauf. Hahaha. Ne. Äh... Wir sind jetzt noch mal kurz den Stream zurück, dann... Und jetzt können wir auch schon starten, ne? Wir können jetzt schon starten. Theoretisch. Zeig im... Like. Ich komm's mal rein. Gar nicht, lol. Okay, dann ist bei ihm die interne Verbindung schlecht. Ich hab die Qualität bisschen runtergestaltet. Ich habe zwei Bildschirme. Ich habe diesen Laptop da rauf gegeben. Und dann die Switch unten. Das ist richtig kompliziert bei mir. Und ich hab ne neue Maus. Könnt ihr am klicken hören? Hört mal kurz, wartet. Ich hol kurz die alte Maus. Oh, Junge, wartet. Ich will euch das zeigen. Jack, warte jetzt kurz. Hört mal kurz zu, Leute. Welcher Sound ist besser? Der erste oder der zweite? Also, der erste ist die alte Maus. Der zweite ist die neue. Ich finde den Sound ein bisschen angenehmer. Cool, ihr habt den Stream neu. Jetzt geht es bei mir auch. Okay, wunderbar. Kannst du in die Lobby kommen? Oder soll ich dir eine Freundschaftsanfrage schicken? Hallo, Nubelius. Ich hab jetzt in deine Lobby. Okay, dann. So, ich spiel schon mal ne Runde allein, ja. Ja, Leute. Kommst du jetzt? Oder soll ich ne Runde schon noch spielen? Ich bin dran. Ich hör nicht. Ich hör nicht. Weil Rukus noch nicht da ist, spiel ich das jetzt eben. Ich kann ja jetzt nicht einfach so ausschalten. wenn die ganzen Leute jetzt verloren waren, also. Okay, also soll ich alleine spielen, alleine? Nein, ich komm dann innen nachher. Also, ich komm dann nach dieser Runde. Und danach zweifeln oder so. Ach egal, ich spiel jetzt. Ich spiel jetzt 10 Minuten. Ich spiel mit dir. So, ja 10 Minuten. Gut, dann. Leute, spielen wir ne Runde allein. Ja. Wie ja. Also, welche Maus ist besser? Maus Nummer 1? Oder Maus Nummer 2? Ja. Nummer 1. So. Ich spiel heute Tag 2 Mauses. Nein, nicht Mauses. Das war meine alte Maus. Das ist eigentlich die Mehrzahl von Maus. Mäuse. Mauses. 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 Ja, ey. Ich hab 2 Mauses. Oh mein Gott. Junge. Mauses. Ja, ich hab grad keinen Plan. Hast du doch hundertmal mit mir schon gespielt? Nein, aber äh. Ich hab jetzt kein Plan. Ich brauch da einen Freundescode, damit ich mitspielen kann. Hier ist das einfach eine Maus. Junge. Oh mein Gott. Es laggt schon. Junge. Okay. Bei mir sieht das aus, als ob das im Himmel wäre. Das ist voll geil. Einfach die Himmel Edition. Es sieht ein bisschen aus, als wäre er so im Himmel. Ich weiß nicht warum. Es sieht so verschwammelt irgendwie aus. Junge. Oh, es laggt. Alter. Ich könnte kotzen. Ja, come on. Nein, mein Game laggt meine ich. Du hast ein schlechtes WLAN. Nein, nein. Ich hab kein schlechtes WLAN. Oh, eh. Okay, warte. Ja, mein Game laggt meine ich. Nein, mein Game laggt meine ich. Da kann ich nichts machen. Dann stell einfach, äh. Ja. Ja, was stell? Ja, ja. Nee, okay. Das kann ich nicht mehr gewinnen. Come on. Egal. Geh vielleicht in Twitch. Obwohl. Nee, doch nicht. Ja, in SPS. Folg mal. Ruf uns auf Twitch. Ja, ja. Haha. Haha. Wir haben Werbung raus, Junge. Wir haben Werbung. Wir haben Werbung. Wir haben Werbung. Das wäre hier auch ganz gut gekommen. Ja, und alle die hier sind, abonniert Nubelius auf YouTube. Mit Doppel-L schreibt man das. Falls diejenigen, die das nicht wissen. Mein Volker sieht so komisch aus mit den Grafikanstellungen gerade. Ja, komm, was soll ich machen? Buh. Ich hab beste Graf einfach. Da hat man nicht mehr los mit Graf, wenn man meinen Livestream mal gesehen hat. Ja, das stimmt schon. Die stabileste Grafik wird eher mit Raceracing und ganz viel andere. Dafür ist meine Mikrofonqualität besser. Ich wollte gerade mit meinen Zuhörer schlagen. Das war eigentlich auch nicht so. Nein, warte es nicht. Rukus der Gamer. Was ist? Was ist mit mir? Rukus der Gamer heiße ich. Rukus der Gamer heiße ich. Rukus der Gamer. Na, beenden. Hallo. Nein. Äh, brauch den Code doch nicht. Darf ich mitreden? Äh, ja. Coolio bestimmt darfst du. Okay. Oder vielleicht auch nicht. XD was? Ne, doch, du kannst schon mitreden. Kannst du kurz Coolio zum Anruf hinzufügen? Weil ich will, ich will jetzt nicht rausgehen sonst schmiert hier alles ab. Warte, ich muss jetzt eher... Ja, mach vielleicht was. Ich suche jetzt nur weiter, ich schreibe, wo du heißt. Fukus. Weißt du? Fukus. Ah ja, ich weiß es nicht. Du weißt nicht, wie ich... Junge. Du musst frei von denen. Ja, ich bin jetzt in meinem Bett wohl abgebaut. Cool Junge. Jetzt verlieren. Ja gut, jetzt hab ich's verloren. Ripp. Warte kurz. Er hat auch keinen YouTube-Kanal für vor. Nein. Nein, ich mag nicht einladen. Hallo. YouTuber Erokus hat keinen Wallstars-Kanal. Nein, hab ich nicht. Ich hab aber Minecraft-Kanal. Ein bisschen Minecraft zumindest. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, so... Also, ich spiel von allem so ein bisschen. Früher war irgendwie nur Roblox. Jetzt ist es von allem ein bisschen. Es kommen so viele einfach in meine Logos. Nur weil ich spiele. Echt? Ich bin schon irgendwie unterappe auf den... auf den IO-Stand-Server. Echt? Unterappe. So war das nicht heißen. So. Äh... Warten. Ah ja, Leute, wartet kurz. Ich hab gerade Facecam-Aben zu stellen. Oh, okay, wartet. Bestätigen. So. Jetzt mein Facecam-Aben. Ah. Ja, okay. Oh. Ich dachte gerade, man sieht mein Fenster... Okay, ich seh... Oh mein Gott, ich bin so dumm. Und geh kurz auf Stream Rukus. Moin, ich bin Hannes BS. Ah, hi! Was geht? Hi. Äh, hi. Abo da habe ich. Ehre. Ehrenmann. Warte, ich muss... Das muss ich vorlesen. Ja. Aber... Wir haben... Wir haben... Wir haben schon jetzt zwei Follower. XXK6. Das ist, äh... Hannes... Warte, wie? Hannes... Also, Hannes BS YouTube. Sorry. Ich merke... Na, übel schlecht. Und... Und wieder Coolio 2.0. Danke für Follow. Ey, Ehre, Junge. Wasch ein Ehrenmann. Ne. Äh, doch, 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 aber... Okay. Hast du mich hinzugefügt? Ja, ja, ja. Jetzt stimm mal deine Basis. So. Hier. Du rückst eine Einladung. Nimm an. Nimm an. Ich lad dich jetzt ganz oft ein, ja? So, hier. Wenn ich hier raufgehe. Wartet kurz, Leute. Ich kann hier und dann kann ich die ganze... ... Hallo, Coolio. Kannst du reinkommen oder... ...nicht? Nein, nein. Ist los. Wer hat's los? Äh, Coolio, weißt du überhaupt, wie man, äh, annimmt? Wo haben wir denn hier so P-Player? Warte. At Rukus the Game. Und geh kurz auf Steam, Rukus. Moin, ich bin Hannes. Ja, ja. Das haben wir schon gelesen? Äh, hab ich. Folger ist Ultimate Rage. Hahaha. On. Hast du mich hinzugefügt? Okay, ich komm ins Spiel. Bitte aufzuschicken. Ja, ja. Ich werd an mein... SMBX Episode ein Fangame während des Streams weitermachen. Kannste machen, NidlV. Kannste gern machen. Ehre... Was ein Ehrenchat. Was ein Ehrenchat. Danke, danke, Chat. Danke für den Support. Äh... Aber ich bin besser. Schatz, hattest du erstmal mehr. Ja, genau. Warte, können wir... Äh, Coolio, wann kommst du bitte eigentlich endlich ins Game? Ich schick jetzt noch ne Anfrage, ja? Wenn nicht, dann gibt es kein Ding ins... Äh, ist da, ja. Coolio. Coolio, bitte geh ran. Coolio, bitte geh ran. Jetzt. Jetzt. Ja, das ist ein Bug bei ihm so. Ja. Äh... In 5 Jahren wegen meinem Laptop. Hi Rokus. Hi WebbyGamer, danke, dass du da bist. Äh... Äh... Für alle, die es nicht wissen, wir werden... Wir... Leine ist jetzt nicht da. Wir wollten Spongebob streamen. Ich erklär's jetzt schon zum dritten Mal. Egal. Deswegen dachte ich... Aber sie kommt jetzt später dazu kommen. Äh... Deswegen wollte... Ich wollte da nicht so ne Stunde Spongebob streamen. Wäre extrem dumm. Deswegen machen wir jetzt Fall Guys. Und dann... Vielleicht noch ein bisschen SCC Projekt. Und dann später... Wer... Werde ich mit ihr eine kleine, äh... Super Mario Party Wette machen. Da werden wir um... 10 Euro wetten. Wer die meisten Punkte hat. Und wer dann das macht. Also... Nein! Das wollte ich nicht. Abbrechen. Warte. Sorry. Warte kurz. Ah Hilfe. Mach noch... Schick noch mal ne Anfrage. 1... 2... Coolio. Äh... Bin leider zu spät. Alles gut. Ich war auch zu spät. Ich war heute fast 10 Minuten spät. BabyGamer. Du hast nichts verpasst. Jetzt schick noch einmal. Gut. Ich hab geschickt. Mann. Ist das so schwer in meine Lobby zu kommen? Ich schick euch schon seit gefühlt 10 Stunden ne Anfrage. Junge. Ich streame ne halbe Stunde. Komm nicht dazu das Spiel zu spielen. Ich... Ich mache... Und danach kommt ein Fallgeiz. Ich hab's sogar schon gestartet. Übrigens wir werden heute zwei Streams... Also wir werden... Ich werde diesen Stream... Werde ich auf... In zwei Teilen auf YouTube buchladen. Sprich doppelt ein Upload und nicht... Fokus du hast keine Videos gemacht. Jetzt ist das nicht gut und da 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 da. Gut. Äh... Können jetzt bitte endlich annehmen? Wollen. Ich komm jetzt. Ich komm jetzt Fokus. Okay warte. Folge starten. Rappel mir. So ich schick euch nochmal ne Einladung. Coolio. Ich bin gerade schon mal ins Foto im Schirm. Coolio. Wenn du jetzt nicht äh kommst dann... Nee. Nein. Nein. Mein Foto ist nicht. Ich hoffe ich spür's mal nie ne Kraft nicht. Also mein... Leicht ist nicht ab. Junge. Was ist das? Ich hab gerade mit dem PC so etwas zugelegt. Wie ihr sagt? Mein Laptop ist Müll. Jajaja. Ich weiß. Ey. Come on. Ich bin gerade so los. Nein. Stopp. Junge. Meine Maus hängt die ganze Zeit einfach nur los. Junge. 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 Ich kann nichts mehr machen. Ohhhh. Jetzt geht's wieder. Ist ja gut. Komm. Komm jetzt ne Runde. Ich... Jaja. Ich hab jetzt mal ein Bildchen. Sam. Äh. Nobili ist im Spiel. Kuli auch im Spiel. Was ist? Ich hab ne Rückkopplung. Ich hab mich doppelt. Ja. Es liegt daran, dass ich das für den Stream gemacht habe. Damit die Leute... Ja. Endlich kommt der Junge. Na. Oh. Oha. Nice. Es geht Leute. Endlich geht was. Endlich ist was los. Ich lad dich ein. Oder lass mich nicht ein. Ich lad dich ein. Komm in die Lobby. Nein. Nein. Äh. Sorry. Sorry. Coolio. Sorry. Sorry. Wie lang brauchst du noch? Geschätzt. Haha. Bist du da? Okay. Rufus. Ballgeist. Äh. Ich komm. Ich komm jetzt. Also. Dauert nicht mehr lang. Hoffentlich. Nicht mehr lang Junge. Jetzt komm mal. Endlich. Gut. Alle ready. Easy going. Let's go. Stopp. So. Jetzt noch mal. Los geht's. Oha. Ja. Endlich. Gut. Leute. Wer ist eigentlich das Spiel? Ich will mitreden. Ja. Das können wir dann gleich. Können wir dann später machen. Oh. Warte. Jemand klopft. Es ist der Weihnachtsmann. Haha. Hallo. Hallo. Äh. Ah. Laine. Laine hat vergessen ihre Schuhe auszuziehen. Uff. Hahaha. Laine ist da Leute. Äh. Äh. Come on. Sie ist auch schon wieder weg. Ich bin zu dumm. Dave Beniros. Von Minecraft. Mhm. Oh Junge. Gucke den Stream von Rufus und von dir. Äh. Yippie. Ich will mitreden. Ja. Hi. Der Weihnachtsmann ist cool. Es geht los. Es geht los. Folgers ultimate rage on. Ich werde jetzt so rot ersetzen. Ich werde jetzt so rot ersetzen. Von schreibt man mit V und nicht mit F. Von schreibt man mit V und nicht mit F. Der echte Deutschlehrer Leute. Ja. Deutschlehrer. Okay. So. Äh. Ist das okay? Wir spielen noch 2-3 Runden. Ist das okay? Okay. Das stimmt nicht. Ich habe... Ich habe... Nimm den den Stuhl. Wir zocken gleich den Ding. Ey. Du bist verdammt schnell da. Schau mal wie es auszieht aus dem Himmel, oder? Oh ja. Ja. Warte. Aber wenn einer von uns stirbt, muss der andere leider zuschauen. Ey. Das... Das macht mich so aggressiv, wenn Nubilius das sagt. Weißt du? Nein. Joa nach Weihnachten, duilar Weihnacht. H-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ja ich sage vielleicht nein. Joa wanzcheinlichятсяig, denn? Wahrscheinlich, joujo. Pass auf, pass auf. Ah. O mein Gott. Nichts was haut. Britzen beim Halloween bitte hast du auf keinen Fall Sprünge. Einfach nur mit B nach vorne dienen. Der nicht. Okay, okay. Weil ich mache immer ein bisschen Hechtsprung. Aber der hat bis jetzt und bei mir am meisten funktioniert. Ja, hat man noch vorhin bei euch gesehen, weißt du? Was für ein Weihnachts-Skinz war das? Skin? Äh, der Weihnachts-Skin, den du da gleich... Oder was ist dieser Schneemann-Skin der? Keine Ahnung. Nein. Übrigens, wenn ein Charakter da hinten, schau mal, siehst du, da hinten hat einer einen Pfeil. Ja. Das ist einer vom, äh, dieser Streusel-Sack, also dieser, dieser grün-braune, das ist Nubilius und der Weihnachtsmann ist Coolio, ja, damit du dich auskennst. Ja, übrigens, wir haben das Wetter gemacht, ne? Und der Weihnachtsmann auch, ich zeige, weil ich so Profi, Junge. Hm? Weil ich bin, ich bin gerade... Ich bin gerade auf der Plattform, was geht? Haha, jetzt sind alle auf dem Hauch. Nein! Okay, ja, ihr werdet sterben, ihr werdet sterben. Ich bin gestorben. Achso, ja. Wieso bist du so Profi, Junge? Ich bin, ich bin kein Profi. Ich doch nicht mein Kind. Ihr habt mir halt nicht runtergefallen. Das stimmt eigentlich. Und du, und Nubilius sagte einmal, er ist ein Profi in dem Wippenlevel. Alla, okay, jetzt gibt's, jetzt, jetzt, jetzt Wippenlevel. Jupp. Nee, nein, 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 nein. Nein, nein, Junge! Ich raste. Okay, Spaß. Das war übertrieben. ich kann dieses spiel nicht es regt es macht mich so okay schaff es nicht ich muss ja so leider so sein keiner ist im ziel von euch ich bin auch im ziel ich bin auch im ziel genau jetzt bin ich im ziel ich bin im ziel also nett dass ich mich qualifiziere mein Junge es belastet so hart dieses spiel oder ist er auch rausgefallen der Weihnachtsmann Namen anzeigen wo ist er wo ist der Weihnachtsmann ah ja ja okay cool hier ist er auch draußen ich bin nicht der einzige ah ich bin so ich bin so grottenschlecht Junge ja ich muss jetzt in den eigenen Schuh schauen äh yippie es geht los weil wir uns im Rage schauen die wippen finde ich witzig die wippen das paradies des Rage einfach springen springen ich nicht aaa das könnte ich würde diese nachrichten alle es wäre so cool wenn google übersetzer das kann man auch einstellen das haben voll viele streamer das mit google übersetzer alle vorliest dann so ich nicht aaa ja ich kann das aber leider nicht spiel dieses schöne level das ist das problem wir können nur Leute wir können jetzt nur zugucken ja die mag ich ja eigentlich wen wollen wir zugucken Leute cooli oder Nubilius okay Nubilius Clemens ist ja schon draußen ah lass schon coolios zu oh mein ey 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 Benni ist schon draußen coolio Benni nicht moinlp doink doink oh du hast aber gesagt nein 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 nicht moinlp Clemens coolio Benni meine ich auch nicht jetzt Clemens gesagt du hast gesagt Clemens ist schon draußen nein ich hab ich hab coolio gemeint aber okay kann man sich eigentlich auch drucken nein 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 ich wollte nur sicher gehen ich wollte nur sicher gehen Leute hier seht ihr ein ein spieler im lösen ich glaube ich müsste dann später noch die qualität hochsteigen ja sehr das mag ich sehr jo ich hab das vielleicht auch du kannst bist du müde gerade was ich nein 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 Leine was habt ihr gemacht seid ihr gelaufen ich bin nicht müde mega müde äh nein wir haben 30 minuten hingefahren und 30 minuten zurückgefahren ihr seid also nicht gegangen das deutsche Lehrstück ist auch wieder brechen mhm ihr seid nicht irgendwie rumgelaufen also bist du müde nur ein bisschen geschoppt 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 shoppen geschoppt was heißt das na was heißt geschoppt Leute denn außerdem gibt es nicht geschoppt shoppen ich shoppe du warst shoppen ja ein Fahrrad aber du bist nicht müde oder so oh ja im Auto okay dann hast du jetzt noch ein bisschen ausruhen endlich Idee ich heiße nicht Benny ey schwindelnde Höhen Rage wegen der Drehung geschoppt ja geschoppt ich weiß auch nicht geschoppt ist die mit ist die mit ist die mit vergangenheit von von geschoppt geschoppt das wäre aber wohl die vergangenheit so nun aber nicht mehr kind oder jetzt hast du es jetzt nicht mehr geschoppt ist die mit vergangenheit ich dachte es ja dies ist wohl eine Lüge die mit vergangenheit kann es nicht so gut die mit vergangenheit wäre ich warte shoppen shoppte geschoppt 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 geschoppte geschoppte Nachricht gelöst rukus nobilius ist raus also geh auf rukus also wir können verlassen ich bin oh mein gott sorry ich bin dumm ich bin dumm ich hab bisschen äh war jetzt grad bisschen müder also nicht müder sondern hab geschlafen wie man sagt aber dies ist so nicht grammatikalisch korrekt ja das gehts ok ja ich bin so hallo ready make you ready komische ist immer wenn am anfang also wenn am anfang meines streams diese 2 minuten dauern kommt in der ersten sekunde von der 2 minuten dauern deaktiviert youtube die kommentare wegen schubs vom winter her echt hä keine ahnung ich verstehe das nicht obwohl da man nur das 2 minuten sieht vielleicht erlaubt es nicht zu den cooldown zu machen weil das nicht da auch in der youtube cooldown ist oder so ganz ganz kurz leine du bist ja jetzt ein bisschen müde du kannst dich zurücklegen ich habe hier schon wir haben jetzt warte schokolade ich habe fast alles aufgegessen zwei sind noch übrig ich weiß alter es geht noch nicht los ich bin noch nicht in der runde bei mir laden schau jetzt da hat drin was mächtig gefunden du kannst du die nachrichten am handy voll lesen ich oder wer ja ja da unten bei ab der zweiten nachricht ab der zweiten ja nidl hat nachricht gelöscht ähm cool ruckus nobileus ist raus also nein 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 ich spiele am controller ja xd warum sehen meine augen wie tic-tac-toe ich habe nur ein boot aus hä wo sind die an ok warte ok leute jetzt packt es halt wirklich null wir sind mega op wie du nubileus sagen würdest ah hilfe hilfe kennt ihr das bei diesen dingern ich rufe gleich die polissen warte dann ähm hilfe oh mein gott das packt so hart bei dem umgehen wenn man da immer die ganze zeit hintereinander ja komm die ähm nicht drauf kommt komplett los komm geh es klingt als ist sie gerade Schokolade ja hat man das egal ist doch nicht schlimm hätte hör ich ist egal die l du findest das entchen dann ist es so schwierig von dieser weg ich bin so kacke ja junge bewegt deine kleinen watscheln er soll seine kleinen witschelchen bewegen seine watschen also nicht seine watschen was für watschen ah helfer das ist unmöglich wer das junge bei mir ist halt auch das problem ist backt halt auch und ich schaffe es auch ich habe einfach mal die welt überlistet du hast gar nichts überlistet oh mein gott das blau war das ist aufwärts ich habe nicht mehr nein ich raste sie so hart gleich aus ich beginne hier zu brüllen junge ich beginne hier abzubrullen und oh mein gott im total oh mein gott o mein gott ja 30 zu 43 Was, der hat mich durch die Map durchge- Der hat mich aus dem Map Der eine hat deine Tassen scannt Jo jo, wahrscheinlich Jo Jo Drei noch Drei noch Drei, eins JAAAAA was die letzte was setz dich hin was steht da ich bin im ziel gg gg nein homer simsons beleg nein alleine der tasten skin heißt ja heißt trotzdem tassen ich kann es dir schaffen ja das ist nicht schwer aber da werde ich immer runter schubst wir waren dritt noch nie soweit also lass doch mal die zweite runde zu dritt aber also und erst tun drehdinge damit zu nee come on junge du musst überall jetzt drehdinge und irgendwelche harten machen wo bist du ja keine ahnung vergiss nicht zu springen wenn jetzt einmal fähig springen junge aber es ist lang es ist nicht zu schnell ich bin raus das ist so wirklich das ist ne frechheit wirklich ja und du kannst noch ich bin raus ja ok das ist unmöglich die map ich bin auch raus das ist unmöglich das ist also ich will jetzt nicht sagen ich will ja nichts sagen aber das ist wirklich illegal das war wirklich das ist ne frechheit dann beginne ich zu schreien es ist unmöglich ne also ich finde diese walze sind einfach nur nervig das ist unmöglich da irgendwie noch ein win zu holen früher gab es ja diese walze ist nicht joh diese kapate ich habe nie so viel Glück in meinem Leben gehabt wie der jetzt gerade hat ich bin ein Mikrooffens-Typ also man will das jetzt nur unterhalten und meine Zuschauer ich bin jetzt fünf Minuten oder so weg ok ja ok ok wahrscheinlich schafft es Kulio eh weiter zu kommen er schafft es halt wirklich bitte unterhalten jetzt meine Zuschauer ich höre mich jetzt ab jetzt nicht mehr Junge Junge wie OP ist der Typ bin raus ok na moin wir gucken auf Kulio fällt er raus ja oh alle sind rausgefallen außer einer ein oder zwei alle sind rausgefallen außer ein oder zwei ich habe zwei nur gesehen Junge oh ja du kommst bald zu einem skin oder was auch immer das ist bereit ja wir müssen Nubilius äh Nubilius rauskicken echt warte 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 äh Kulio wir müssen die Runde verlassen weil Nubilius come on wartet wir müssen die Runde verlassen wie kann man die Runde verlassen äh nein 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 nicht damit wow warte 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 schick noch eine Anfrage Kulio schick hi hi wir haben die Gruppe verlassen weil du nicht da warst ok hi ok warte ich lade ich bin so dumm ich lade euch beide jetzt ein ja ok lade ich ein ähm ich verlasse erstmal warte warte ich bin bei der Königs Runde ok jetzt kann ich verlassen ok jetzt kann ich verlassen ja ich lade dich in die Gruppe an ja ok warte 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 ich bin extrem dumm nein ja spiel anderen ja i have me was holen zu tun i have me Schokolade geholt i have no to eat i have just one energietrink na komm schon was machst du du sollst nicht alles runter Leute wir spielen noch eine finalie runde ja ich habe es so hingegeben und dann ist es runtergegullert oh nein nicht etwa runtergegullert und dann wurde es runtergedutscht gedutscht gedutscht das ist was das klingt so dumm warte kurz wann spielst du dich schlag 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 ich glaube ich werde bald auch die Wette machen Leine trrrr ist es ich sag so ja wir machen genau vorseits also ungefähr zu nach halb ich habe mir von dir 5 Euro stehen willst ich habe mir von dir 5 Euro genommen und von mir auch und jetzt machen wir eine Wette Aber ich will sie zurückhabern. Ja, wenn du gewinnst. Wir können das so machen, entweder hör mir zu, ja, dass wir mit Punkten machen und dann am Ende alle 5 Euro kriegen oder dass wir die 5 Euro irgendwie auftauschen. Wenn du runter gewinnst, gewinnst du automatisch 1 Euro. Oder dass am Ende du dann alles gewinnst. Oder ich alles gewinne. Am Ende alles gewinnen. Also mit Punkten. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Oder wenn du runter gewinnst, kriegst du 1 Euro, dann wieder 1 Euro und dann... Okay, dann das andere, das habe ich eh automatisch eingestellt. Also mit Punkten, gut. Leute, das wird... Oh nein, stimmt, ich habe Punkte nicht eingestellt. Ich bin so dumm. Ich hasse die Wippen wieder. Ich hasse die Wippen. Also mit Punkten. Am Ende kriegst du entweder 10 Euro oder ich 10 Euro, dafür verlierst du 5. Oder, okay, du hast jetzt die runter gewonnen, dann nehme ich mir 1 Euro. Okay, du hast diesmal die runter gewonnen, brückst jetzt auch 1 Euro. Okay, also mit... Okay, das ist ein bisschen... Nee, warte, ich habe es mit Euro angestellt. Hm? Er hatte gerade etwas im Mund zu schauen. Kannst du dich eigentlich da auch anhalten an diesem Metall? Ja, ja, man kann sich anhalten. Also, warte, warte, stimmt eigentlich. Das wäre voll intelligent. Nein, ich bin so dumm dafür. Weil der ist hier geleuchtet und wie sonst. Ich gehe lauf einfach jetzt die ganze Zeit mit festhalten. Junge, was ist... Okay, ich raste aus. Michael, der ist der Wippe überstand. Nee, stimmt. Nein, nein, nein... Nein, 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 nein. Ja, nein, ja, nein, nein. Ja, nein, nein, ja, nein. Nee! Doch, es waren eh wieder hier. Ah, ja, stimmt. Lustig. knapp 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 knabbeli da will die da will die knabbel die ich warten du müssen warten ja kommen und egal das sind es gibt wirklich leute die sich jetzt schon qualifizieren ist unmöglich bist du drinnen bist du drinnen bist du im ziel oder nicht okay cool hat gehackt hacker nicht profi das ist unmöglich dass irgendwelche okay bei mir hat sich gerade am handy google assistant geöffnet ich weiß nicht wieso ja ja das ist wie serie nur die google ich habe kein serie ich kann ich habe auch kein amazon oder alexa oder gar nicht wie dein nackter sträußer wie deine roten grünen schwedewompe ich glaube aber nicht dass die mir ganz gesund ist wenn die rot und grün ist ich weiß aber ich glaube nicht ich würde keine roten grünen ist ich glaube die wäre ein bisschen verfault ja kommen nein hallo nein jetzt öffnet sich hier tausende apps was soll das soll es ja auch nein soll es nicht warte oh gott ich habe schon lange ich habe gar nicht den schatten vorgelesen bin im ziel gg nein blablabla leine da hast du es genäßt kappert rukos gg runde beginn rukos gut bei bin raus außer fünf okay nilv at coolio wolltest du nicht mitreden coolio doch nilv kommst du es kommt es noch zu folgens ultimate rage quit vielleicht nie leider was ist wenn ein bot gewinnt kein plan nilv ich raste aus das klang witzig xt wippen der grüßt feind von rukos äh coolio bin im ziel nilv coolio gg coolio wie gesagt ich spiele im controller und gg coolio ist der allerhekste coolio nee nilv coolio in pokémon aber schon vielleicht ich bin nicht mal mehr im spiel okay warte wem sollen wir zu gucken ich kann ich kann nicht zwischen den beiden so coolio wir werden immer wieder switch okay wer ist der bessere wer hat das bessere gameplay was ich auf youtube hochladen kann so ja natürlich die sind so pro alter die haben auch keinen fünf fps pc wie könnte man denken coolio wieder im ziel nilv coolio gg das wäre auf jeden fall interessant mal zu sehen ich habe keinen einzigen wollen bis jetzt noch noch nie hatte ich in folge sind wenn ich spiel es halt gut idee ich mache fünf liegestütze ja ich mache jetzt die liegestütze also man muss in die ringe in die weiße ringe glaube ich zumindest und dann bekommt man punkte ja ich habe zehn liegestütze welches team bist du wir bereit hier okay das heißt du fliegst nicht raus in dem moment coolio gg nilv wie gesagt du bist der allerheftigste coolio julio xd jaja so gut hier sehen wir ein weihnachtsmann hier sehen wir einen steuselzack hier sehen wir keine ahnung wen ich würde sagen wir spielen danach noch eine feine die runde und dann machen wir das ne das bändler bändler geht um die gelbe überholen euch warte ich habe ich hole das geld ja ich hol das ich habe es in eine okay ich führe nach immer ja was soll auch wollen das heißt sie rupt sie sehen noch drinnen ja tut wer heißt er jetzt coolio weiß ich nicht aber jetzt aber nicht genau okay ich bin der schlecht also ich bin nicht der beste ich habe ihn noch nie geschafft junger ich fände diesen doofen 2-5 ich habe sie gefunden von lane ein fremder von mir ein fremder ich krieg dieses ding nicht zu und ein coolio wurde einmal runter geschmissen und jetzt irgendwie mega komisch beschwingen die ganze auf ich bin unsicher kurio ist aber gut jetzt gerade ja das ist der schöne fünfer von leine und dass man richtig hässlicher der knuddel da so leute wir haben hier hört ihr also wer mit geld zum flexen spaz coolio schreibt nice nilv coolio gewonnen coolio ja nilv coolio ist besser als nur billios neue map oder fragezeichen ja wer von euch coolio ist bei den boxern schon und jetzt ist er runtergefallen wo ist nur billios eigentlich ich glaube der schon draußen wo bist du bist du ich kann ich nicht zählen ich finde ich nicht ich bin ich bin sorry ich schon vorbei weil wir machen jetzt eine neue runde eine kleine runde leute und dann beginnen wir oder ist es so sollen wir noch eine runde oder jetzt schon das battle hey du sagst es ja vorhin du hast null gewinne also du bist null mal an der krone ja da oben steht aber sechs kronen ja weil wir es von battle passen weil ich es von battle passen habe die kronen du 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 doch habe ich ich weiß was für du 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 coolio du musst liefen wir spielen noch eine runde aber ich werde ihnen nicht mehr zuschauen leute ja wir werden dann wir werden dann switchen zum super mario party wollen wir weiterreden oder eigentlich wäre das total irgendwie total komisch dann oder weißt dann wenn wir mit nur videos weiterreden wenn obwohl wir ein battle machen wenn wir mit nur auflegen wenn wir mit nur auflegen ich gehe dann mit silas und so in einem talk wann mit suzissi und mit kurio weil kurio spielt mit mir suzissi ich gehe jetzt kurz wenn ich die runde also wenn ich sterbe also wenn ich gewinne und mich qualifiziere äh ding nil vorschreibt fragzeichen mani mani xd coolio ich hab verkackt das weihnachtsmap ich bin dafür gut ich hab eigentlich mal wieder weihnachtsmap das ist das was ist das das ist ne map weihnachtsmap map die runde schienen er schienen tundra lauf tundra lauf tundra lauf ganz kurz ich kann ich könnte ich erklär es dann und zwar sollen wir für es gibt ja wir werden ja paar minigames spielen und eine jaja wir werden ja wir werden eine eine runde spielen die das die runde dauert eine stunde und dann noch so ein paar kleine minigames diese fünf minuten dauern sollen für diese einstundenrunde mehr punkte verteilen oder nicht wenn man gewinnt hallo ja mit mir will also es gibt wir werden es gibt einen game das wird dauert eine stunde ja ein langes game und dann werden wir so circa vier minigames spielen die dauern fünf minuten oder so oder ganz super mario party ich werde party dann streamen die party super mario party ich wollte heute nicht das junge ich wollte heute nicht erst sie stream weil keine ahnung kann wie schon vor kurzem schon gestreamt deswegen fand ich das bisschen dumm ja genau genau das sind das für bäume ich bin so schlecht also wie gesagt wir haben ja so kleine ding minigames und so eine große ding soll ich soll mir für diese große runde mehr punkte vergeben oder nicht weil dann hätte zb wenn jetzt einer gewinnt können wir es nicht ja im stoß machen dann nein aber für die große runde wollen okay fünf punkte werden zu viel oder drei oder so machen wir dafür zwei punkte ja hallo so was sagt man nicht die wollen dass ich ausraste ich bin kein loser hallo nein ich okay dieses spiel macht mich so sauer ich bin kein loser ich bin ein auch kein loser und ich bin auch kein loser ja kommen keine ahnung interessiert nicht ich hab die qualität mega darunter gestellt ja es kommt endlich mal eine map ja irgendwie bei jedem bei jedem youtube stream an allen kommt die so eine mega krasse weihnachtsbett bei uns kommt immer nur sowas also ich spiele ich spiele ich spiele jetzt nicht mehr ich bin ja schon fertig ja logischerweise aber du musst nur zuschauen leider ne ich kann jetzt auch aufhören ne ich kann jetzt auch aufhören das ist ja die final round ne ich kann jetzt auch aufhören das ist ja die final round ne ich kann mich halt auch hier drehen und alles ich würde endlich mal gern in einem video das team die kronen bekommen ja ja ich hab selber noch nie bekommen ja einmal waren wir dabei oder so glaube ich einmal waren wir dabei bei der kronen das sind irgendwie solche loser in dem spiel ne ich hab's nicht geschafft sondern ich wurde zweiter aber zweiter ist ja auch wieder krass also ich hab bis jetzt ich hab noch nie in meinem stream ich glaube einmal bin ich in die final round gekommen aber guck mal jeder schafft es in irgendwie die final round verliert dann aber wir schaffe ich schaffe es nicht mal in die zweite runde das ist das traurige ich bin ich bin nicht gut im spiel wie gesagt ich bin los ich bin eigentlich fast in jedem spiel schlecht das ist das allerbeste ne also doch schon ja 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 keine ahnung ich spiele halt das spiel nicht vorhin drei stunden ne ich spiele halt nicht ich hab halt nicht in jedem spiel 5.000 spielstunden deswegen ja ich hab auch nicht in jedem spiel 5.000 spielstunden nein ich übertreibe jetzt aber warum immer alle gewinnen und der schafft es natürlich auch ich hab jetzt für den ganzen die kugel umwerfen bis zum ende ich hab das wahrscheinlich nicht mal da geschafft und wenn ich auch wenn ich hatte gekommen wär ja ist dann Escape es ist eineeredithICE von 30 Leuten weiter Hä hä da stimmt grad aufx nee 50 von 50 haben sich eine hä die haben nк das sind pack Qual Precis Quali Qualifizier Hallo Qualifiziert. So? So fix. 100%. 100% Hantschuh? Ist das die, wo unten das... Ja, okay, ja, die Map ist unmöglich. Naja, die meisten schaffen das zum Beispiel. Wenn das einer schafft, dann rast dich aus. Sag ich zwar die ganze Zeit aber trotzdem. Viel Glück dabei, ihr zwei Loser. Viel Glück, ihr Loser. Der Coolio will cheaten und hat das nicht. Nein, 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 das funktioniert nicht. Okay, komm mal. Coolio ist rausgeflogen. Aber wenn wir rausfliegen, dann ist die Zahl in die Kleidung. Ey, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das hätten die bisschen leichter machen müssen. Ja, stimmt. Und dann fliegt man immer da runter, wo er jetzt ist. Und das wird sich hin zur Zeit. Ich muss jetzt schlafen, ansonsten ist mein Leben verloren. Nee, das ist jetzt schon verloren. Nein! Ja, come on. Ist der Hammer knapp. Ich hätte ihn geschrien. Hättet ihr diese Etappe geschafft, dann hätte ich schon geschrien. Aber ja, wäre ich schon ein Ding. Ja, okay, das war die Final Round, oder? Die Final Round? Leute, ich will jetzt nicht... Ist ja nicht so, dass ich nicht will mehr. Aber das Battle, ja. Das Battle dauert eine Stunde und wir wollen halt noch andere Minigames danach spielen. Deswegen, es geht... Deswegen wollte... Deswegen, ja. Sonst geht das Stream bis 22 Uhr. Das war eh schon einmal, das war ewig. Ja, cool. Äh, Nublios. Also seid bereit und nicht bereit. Ja. Ja, okay. Äh, Coolio. Wir machen Battle, ja. Du kannst weiterhin anschaffen. Warte, ich kann den Chat nicht... Ah, Hilfe, ich hab vergessen den Chat zu lesen. No, der Chat ist das ewig wahrscheinlich. Nein, keine Nachricht senden. Mann, ich hab verkackt. Ich bin im Ziel, ähm, ups. Also, Coolio schafft, ich hab verkackt. Ich bin im Ziel, ähm, ups, Nidl V. GG Coolio 2.0. Coolio again. Bye. Also ein Vollgas. Okay. Bitteschreib. Gut, okay. Coolio, warte. Wir spielen noch eine allerletzte Runde, ja. Du hast eine letzte Runde, okay. Aber nur, aber nur für dich, ja. Wir spielen jetzt für dich noch eine allerletzte Runde. Warte, Leute. Ich muss kurz mein Bildschirm hier aufpassen. Das hat für mich gar nicht... Yay. Aber wirklich die allerletzte. Nachher gibt's keine... Wie will kommen wir dich hin, ähm, Weihnachtsskin? Kanon gekauft, umso... Umso. Foul... Bugs. Es gibt Raw Bugs? Wie Bugs? Wie heißt das Minecraft? Mine Bugs? Nee. Foul Bugs? Ich hab das nicht. Mario Bugs? Keine Ahnung. Ähm. Frag mich nicht. Ähm. Was kann man zum Nachfellstellen? Ich bin schlumpfer und mein Schween. Mein Schween. Mein Schween. Die Runden gehen halt eh mittlerweile sehr kurz. Und wenn wir halt zu zweit sind, dann... Ja. Ich geh aufs Klo. Echt? Geh aufs Klo schnell. Aber schnell! Leute, ne feinen Rund. Ist da die... Ist da die ich dann... Ja, dann geh jetzt endlich! Geh! Schneller! Nee, das kannst du nicht fahren. Nein! Du musst... Oh nein! Nicht die Map! Welche denn? Die da! Warte! Nein, komm jetzt geh aufs Klo sofort! Oh, kenn ich nicht. Nein, kannst du nicht. Kenn ich nicht. Komm. Okay, tschüss. Ja, come on. Er ist schon wieder weg. Oh nein. Ja. Ja, okay, Leute. Gut. Okay, jetzt sollte das ein bisschen besser laufen, das Game. K, wie... Yay! Ohne Nubilius. K, wie ich den Weihnachtsmann-Skin bekommen habe. Also den Weihnachtsmann-Skin. Ja, keine... Ich weiß auch nicht. Leute, das müssen wir schaffen. Alla, jetzt reicht's aus. Ja, weiß auch nicht. Oh Gott, das ist auch ein Streuselmann-Skin. Come on. Was geht? Junge, lol... Chat? Lol? Lol? Hä? Come on, 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 come on. Ey, come on, das ist halt wirklich unmöglich. Wer... Wie soll man das schaffen? Null von... Ja, come on, hätte mich auch gewandert. Wie oft zeig ich jetzt noch? Come on. Ich sag's jetzt einfach die ganze... Dieses Ding bringt Pech, Alter. Wellalist 34 Weil das wartet, nur department hat also klar... Okay, wir müssen... Okay, noch ... Ja, wahrscheinlich... oh mein gott alle das spiel ist so nervenkitzel kommon, kommon Junge, kommon kommon bin wieder da ach Leine ja komm, keine Ahnung Leute, fragt nicht Leute, das ist so nervenkitzel der Gameson ist so mega leise, ich weiß stimmt, dass hätte ich jetzt eigentlich schon umstellen sollen Junge es gibt halt wirklich Leute, die das schaffen das muss man sich mal vorstellen ein cooli hat es einfach geschafft er ist einer von denen ja 0 8 7 5 8 b c hä? wieso seit wann gibt es ne Zeit? seit wann? Leine zu, mach die Tür ich bin jetzt wieder da mach die Tür zu also habe ich jetzt ey, weißt du was? ey, coolio hat es geschafft und äh doch nicht echt nicht? doch, wir gucken noch kurz zu, ja wo ist er? äh, schon weg äh, schon weg äh, wir haben Streusel ist äh, mein Skin und ich habe es geschafft ein bisschen also ich hab schon, ich hab beim ersten Versuch vorher es geschafft aber nachher nicht mehr die zweite nein, die hatte ich so gerne gespielt, Junge das coolio, du kannst übrigens, ein Cheat, man kann auf der Seite vorbeigehen du kannst auf der Seite vorbeilaufen du kannst auf der Seite vorbeilaufen du kannst auf der Seite vorbeilaufen lauf auf der Seite vorbei klar wie ich den bekommen hab äh, und übrigens, äh, Coolio weiß nicht wie er den Skin bekommen hat den Weihnachtsmann-Skin falls du es wissen willst okay okay bin im Ziel uff du hast gerade so geredet okay als wärst du so auf Discord und Ding und es halt gepackt ja du ich? äh nicht da du auf der Seite geh vorbei auf der Seite auf der Seite Coolio geh mal auf der Seite auf der Seite vorbei nicht da auf der Seite Coolio der Ding das ging da also die Map geht darum ich hab sie mal, äh, gesehen du musst da durch und da hinten gibt es so ein Ziel hinter dieser zweiten Ding, ja? da gibt es so ein Ding da hinten und da musst du einmal hin und wenn du da einmal drin bist dann hast du gewonnen also ich glaub dann hast du ein Ziel bekommen glaubst du? oder warte, muss man durch die Ringe durch? ach komm schon ach so, okay, ja, man muss durch die Ringe durch, verstehe du willst deine Tipp gewinnen und ich weiß nicht mal, wer ist ja selbst da hinten ach so, ja wenn er da durch geht dann hinten ja genau nein da hinten musst du hin das ist dann das Ende und dann wirst du da wort ja also ich dachte man kriegt einen Punkt, wenn man ans Ende rennt ich bin so dumm ich bin so lost ich hab halt die Web gespielt, aber ich hab vergessen, dass es so ging ich bin so dumm ja hat es ja komm mal ja, okay l-o-s-t los ich hab nun das nicht mit einer d los ja, ich denke schon wieder los jetzt muss er aufpassen, dass er nicht auf seine Platte klickt er hat es geschafft ins Ziel nein wieso, nein oh ja, er hat es geschafft aber man gewinnt auch schon, wenn man da durch rennt ins Ziel er ist nicht dabei er ist schon im Ziel ach so oh bin ich dumm ja ne ich bin dumm er ist im Ziel, ja der ist nicht dabei er ist schon im Ziel du kannst zu viel suchen bis du alt bist alt und braun mal schau wo er ist wo ist er cool, er hat es geschafft er hat es geschafft er hat es in die Finale und oh mein Gott geschafft nein, ich musste durch die Ringe 15 Punkte sammeln ach so, verstehe und der Finale Ring heißt, dass du es komplett gewonnen hast, oder was? ok jetzt kommt er in die Qualifizierung eh ich wüsste welches Wort ich meine ja, in die Qualifizierung ja, heißt eh so oh ihr dacht nicht Schnee bei Überlebungskraft ah ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video nenne übrigens dieses Video ich wollte, dachte mir schon weil er in die gekommen ist wir werden sofort Mario Party spielen aber ne, haben wir doch nicht ja, wir werden daraus wird ein Video und dann aus Mario Party wird ein extra Video weil das passt nicht zusammen, verstehst du? na mein Rücken ähm das musst du ja jetzt tun also die Platten also die die sind sicher, ja aber die blauen Platten ich weiß nicht, ob die in den Mapcams wenn die drauf gehen wird immer ein bisschen kaputt die normale dann ein bisschen kaputt schau mal, Achtung, wenn er einmal drüber läuft guck da jetzt wird es ein bisschen kaputt immer es wird immer ein bisschen immer mehr Splitter schau je öfter er drüber läuft Achtung, guck wait, das sei kein bisschen, bis er drüber läuft ja, jetzt ok schade er hat es nicht geschafft und eigentlich ist es so da kommen immer die Schneebälle und die werfen dich runter aber wenn die blauen Platten kaputt sind dann äh ja, kannst du runterfallen aber die Rosen können nicht kaputt werden also du kannst sagen, sonst wäre es unmöglich ja, come on das, Leute this was the last round, ja nein dann der gibt dann 5 Punkte, denke ich ich bin so dumm nee, bist du nicht nee das, ok Julio, das war ich habe gesagt, das war die final round äh wir müssen jetzt ich muss die Tastatur abstecken wir sind in wir sind mit Vollgas fertig und jetzt gibt es Super Mario Patty Hier.